Und weil es strukturell mit diesem Grausamkeitsaspekt notwendigerweise kontaminiert wurde, wird die Menschenspezies nie eine Chance haben, nicht nur alle ihre hochgerüsteten Imperien sich selbst wieder ausrotten zu machen, sondern die Rasse insgesamt, obwohl das die einzig bedeutsame hinsichtlich dieses Bewusstseinsexperiment im gesamten Universum gewesen sein würde, hat keine Chance, nicht der sukzessiven Selbstzerstörung im masosadistisch grausamen Fundamentalprojekt zu enden, auf das sie systematisch immerhin arbeitet.